Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und heute spielen wir eine Runde Fußball mit einem speziellen Mod, den es leider nur für die 1.6.2 gibt. Aber trotzdem ist der Mod übertrieben cool. Und ja, wir spielen jetzt einmal eine Runde Fußball mit ich und Roman gegen Nico und Gaming Bookie. Alle sind auch in der Beschreibung verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ein Fußballspiel und es geht schon mal los. Hier. Okay, ihr spielt hier schon so richtig. Nein, 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 nein. Aber nix ist. Hier kommt eigentlich das Schaf. Bookie, machst du einen Pass? Ich hab's versucht. Nein, nein, nein. Ah, Sprit. Wir gehen an der Spiel. Ja, ja, ab zum Tor. Nein, 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 nein. Ich laufe. Ist das eine Ecke? Ist das eine Ecke? Spritze. Das ist eine Ecke. Ecke. War es wirklich eine Ecke oder nicht einfach ein Abschluss für euch? Ich glaube eher Abschluss. Ja, ich glaube auch. Was wird denn ins Aus geschossen denn? Nicht eigentlich. Achso, ja, dann haben wir ihr Ball. Ja, dann kannst du ihn dir annehmen. Geh nach vorne. Ich mach einen langen Abschluss, Nico. Okay, du machst einen langen Abschluss. Ich halte die G-Taste gedrückt. Okay. Ganz nach vorne. Ich schieße ihn von hier ins Tor. Ja, 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 ich helfe zu nun nach. Ich weiß nicht, dass du soweit schießen kannst, aber mach. Zeitspiel. Oh, oh. Ah, er positioniert den Ball. Ah, das war jetzt nicht so weit, ne, Buki? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wo ist denn? Wo ist denn? Ja, ganz entspannt haben wir natürlich Ball hier wieder. Aus. Oh, Mann. Okay, man kommt doch nicht so weit, wie ich so hofft habe. Du musst G länger gedrückt halten, ne? Ja, du bist hier halt auch noch ein Amateur hier. Oh, oh. Nicht aus. Ach komm, das zählt nicht. Das ist kein Aus. Einwurf. Nein. Nein. Bist. Juhu. Doppelpass. Oh. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, man muss das mit noch mehr Leuten spielen. Ja. War ich das jetzt? Egal, wir haben eh den Ball. Nee, wir haben ihn noch nicht. Er war noch nicht aus. Buki? Ey, wo ist der hin? Ja. Oh, nee. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Spiel rüber, Spiel rüber, Roman. Hä? Wo ist der hin? Ach, da. Hier, hier, hier. Noch war er nicht aus. Jetzt ist er raus. Er hat ihn rausgeschossen. Ich natürlich nicht. Okay, ich habe ihn rausgeschossen. Okay. Irgendwie, ich bin noch nicht wirklich zufrieden mit meiner Tastatur. Überlegung. Aber naja. Ich habe ihn nicht richtig genommen. So, jetzt. Dann war das kein Foul. Wenn das einhielt. Ja, ja. Lauf! Buki, Kopfball! Buki, leer! Okay. Oh, oh. Das ist hoch. Das ist hoch. Buki, ich habe eins. Zwei Jahre höher als zweit. Nein! Alter, war das gerade ein Beirut. Ich bin ganz trüßt. Ich bin ganz trüßt. Ich habe es versucht. Raus auch, Nico. Ja, komm. Robert, Robert, nein. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg vom Tor. Oh, nein. Oh, nein. Ein Glück, ein Glück, ein Glück. Okay, unser, 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 ne, oder? Unser, oder? Ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Okay, Buki, wirf ein. Ähm, warte mal, wo hatte ich nochmal Pass hier? Scheiße. Scheiße. Ich will sagen, Mann Deckung. Pass? Ich will dem immer nur schießen. Oh. Ja, 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 jetzt, 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 das wird was. Bah. Also, richtig. Boah, wir sind auf einem guten Weg. Scheiße, wir sind auf einem schlechten Weg. Ja, ich klopp den ins Aus, kein Problem. Alter. Das ist so schwierig, da irgendwas zu reißen. Ja, ich glaube auch. Aber wir schießen schon noch ein Tor, ganz sicher. Ja, irgendwann, nach ganz, ganz vielen Versuchen, Jahren. Oh, 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 oh. Mit mir im Tor kann eigentlich gar nichts schief gehen. Hä? Oh, ist der mal, nein. Oh, bitte. Solo hier. Ja. Oh, oh. Okay, ist der da hinbekommen jetzt? Von, ähm, ich weiß gar nicht von dem. Roma. Äh, von mir, glaube ich. Ja. Okay, so. Der lieben Herrn Busch. Ja, 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 nein, da stand da keiner. Nein, 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 nein. So. Cool. Ja, wir üben hier hartes Pressing aus. Gleich kommst du in der richtigen Chance her. Schauen wir mal. Okay, nix ist. Bugi, du hältst, ne? Schieß, schieß. Oh, oh, oh. Bugi? Oh, posten, alter. Oh, oh, oh. Hier, lass das. Nein, nein, nein. Elegant hier. Und hält er hoch den Ball. Ja, 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 wenn schon, wenn schon. Bugi, bist du irgendwo, dass ich abspielen kann? Ich hab, ich hab's versucht, ja, aber war halt ganz so. Okay, aus, 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 wir machen einen Druck. Mach ich linksklick auf den Ball oder rechtsklick? Rechtsklick. Immer rechtsklick. Und jetzt, ich werf zum Tor, Bugi, ne? Läufst du? Ach, nee, da bist du. Okay. Okay, Roma, denk dran, du bist, äh, du bist Torhüter. Ja, du musst den, eben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, nein. Ah, jetzt hast du ihn doch nicht erwischt. Komm, den krieg ich noch, Bugi, bin fast dran, bin dran, bin dran. Nein, nein, oh verdammt. Nein, 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 nein. Bugi! Ach, nein! Nein! Oh man, oh man. Verdammt. Sprinter, 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 nein. Ich komm mit dem Sprinten in der Minecraft-Version nicht klar, ich bin so an diese Schuhe. Ja, ich kenn das auch. Doppel W, nein, 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 niemals. Ja, nein. Oh je, ganz schrecklich. Faul. Juhu, 1 zu 0. Wo ist denn der Ball jetzt? Ja, ihr müsst ihn wieder rausfischen und dann habt ihr einen Stoß. In die Mitte gehen wir dann damit, ne? Gattes Willen. Ich bin so ein Hälter. Also ich nehm die Schuld auf mich, ja. Soviel muss ich ja sein. Du hast den Ball rüber, in der Hand. Genau. Ich würd sagen, bis, äh, spielen wir bis zu so einem Tor-Verhältnis, ja, oder? Also, sagen wir irgendwie bis zu drei Toren, oder? Ja. Ähm, Nico, komm mal am besten, warte mal. Ja, der steht da schon über der Linie, ist ja schrecklich. Ach, scheiße. Achtung. Oh, ja. Ja. Lauf, lauf, lauf. Ah, verdammter, war er schon. Na, faul. Nein, ich hab ihn in der Tasche. Okay, Freistoß, ne, kein Problem, nur Bremse ist eigentlich so. Ja, stimmt, hätt ich auch irgendwie, jetzt, zieh ab. Das ist nicht mehr legitim. Doch, doch. Du hast einen Fall gemacht, oder Gaming, Buki. Komm. Ich will ihn hier hinlegen, komm. Mann. Buki, der darf nicht reingehen. Okay. Ups. Nein, noch nicht. Leute, ja, ich. Jetzt? Nee, eigentlich immer, egal, komm, wir machen das jetzt. Das ist es, das ist das. Wo ist denn der Ball? Ich reich mich gerade auf. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Oh, Ecke. Ecke? Okay, Ecke ist eine gute Chance. Warte, soll ich die Ecke versuchen? Du klatschst den dann im Tor, Nico. Mach ich, mach ich, mach ich. Ich stelle mich hier vorne hin bei diesem Tor. Oh, man steht schon im Tor, geil. Okay. Ich decke hier den, äh, Nico. Kann ich den irgendwie auf den Boden legen? Ey, Foulschießrichter. Nein, wir haben noch nicht gespielt. Ja, trotzdem. Kann man den auf den Boden legen, den Ball wieder, oder? Äh, ja, das ist schwierig. Du musst ganz kurz, äh, passen antippen, aber dann rollt er meistens trotzdem weg. Du kannst auch ungefähr dahin schießen. Ja, es ist alles gut. Leider nicht so gut möglich. Okay, oh, scheiße. Egal, schieß. Oh, 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 scheiße. Die kam ja wohl perfekt, die Flanke. Ja, ich hab halt, äh. Nein, wieso nimmt er den Ball nicht? Okay, wo ist der Ball, wo ist der Ball? Ach, da vorne. Ich hab mein Inventar aufgemacht, statt zu laufen. Ja, passiert mir auch ständig. Da kam perfekt, du bist du hinter uns? Ja. Oh, ja, 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 komm, komm jetzt, jetzt. Was ist denn da? Abgelaufen. Nein, nein, nein. Ja, ja, Roman, 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 komm, später. Nein, nein. Nein, 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 ist ja noch wer. Ah, hier, aus. Ah, das war Vorteil. Sonst hätte ich jetzt irgendwie... Immer diese Schweigen von heute, ist sehr lächerlich. Iko, klopp den Ball weg. Ich mach ganz doll Schuss, ich mach rüber. Ja. Über das andere Tor. Ja, das war jetzt unglaublich elegant. Oh, ja. Ja, ja, ja. Okay, komm vorbei. Oh, der ist durch mich durchgeflogen, blöd. Nee, du wirst noch... Spiel rüber, Spiel rüber, Spiel rüber. Nein, 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 nein. Ja, ja, ich hab freie Bahn, ich hab freie Bahn. Ja, ja, immer das Schlagen. Ja. Wo ist der Ball? Nein, nein, das ist ganz schlecht. Die Vli, der Maus verwirrt mich. Ja. Oh, und aus. Ihr habt, ihr habt, ich hab geklärt, glaub ich. Ein, wo... Der Vli, machst du was? Oh, oh. Roman, hast du... Aber noch nicht... Oh, 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 nimm Hand, nimm Hand, nimm Hand. Nein, nix ist. Na, nicht? Nein! Doch, das ist ja im Strafraum. Strafraum. Ja, auf der unten. Oh, Mann. Oh. Ich hab schon gedacht, das war so nett, Digga. Nein, 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 nein. Okay, jetzt, 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 jetzt. Ja, 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 ja. Danke, Nico. Oh, wie ist der da hinten hingekommen? Du hast dir da hingekickt. Nein, das war halt nicht. Ich dachte, jetzt kommt's ein schöner Pass und was war sowas. Ich bin enttäuscht. Nee, ich kann nur Schuss. Pass hab ich mir keine Taste festgelegt. Ach, auch gut. Alter, zifflat. Nein, okay. Roman, den machst du. Nix ist, hier macht niemand was. Was? Ja. Elegant. Ich lauf noch unter, ich lauf noch unter. Blockiert. Ich lauf noch unter, ich lauf noch unter. Okay, war der nicht schon aus? Nee, nee, der war noch im Spiel. Der war nicht aus, geht weiter. Der war noch im Spiel, ja. Das ist gar kein. Nein. Ich glaub, 1-2-2. Nein, 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 nein. Ja, ja. Nein, 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 nein. Oh. Okay, Quatsch aus. Ja, warte. High five. Boom. Okay. Oh. Nein, bis zum Strafraum. Ey, wir lauf. Anstoß halt. Ja. Was? Wieso? Anstoß. Anstoß ist die Mitte, okay. Ja. Spiel. Hä? Okay, das hat er gerade selber geleckt. Nein. Außer, Nico. Ja, hab ich. Oh. Ah, ich hatte diese Doppelsprinten. Ja, Roman, ich lauf in der Mitte, ich lauf in der Mitte, pass. Nächstes hier in der Mitte. Hm. Dürfen die einen werfen, oder? Ich hab's nicht gesehen. Okay. Okay, läufst du dich frei? So, die Linie entlang zu schießen. Das ist, glaub ich, ne schlechte Idee, weil sie lebt. Ja. Guter Schuss. Oh Mist. Jetzt hab ich aber Schwenden mal wieder verkackt. Aber war schön weit, oder? Ja, der war perfekt. Nein, 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 nein. Ich komm einmal raus. Nimm mal Hand. Okay. Okay. Okay, guck, ich schieße ein Stück raus. Ich komm mal 11 Meter. Ich hab auch gesehen, meine Handschuhe. Hier hast du meine. Und ich, warte, ich muss mir schnell Handschuhe geben. Okay. So, ich bin wieder da. Können wir mit Ecken auch aus der Hand schießen? Ich glaub, das ist ein bisschen sinnvoll. Ja, mach, mach. Ich versuch, vor Stor zu gehen direkt. Warte, warte, warte. Ich hab, muss, ich öffne in dauernd eh. Okay. Geh direkt vor Stor. Ich werd den direkt vor Stor spielen. Gut, 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 gut. Nimm mal Hand, ne Roman, ne? Ey, ey, Mann, Leute. Nein, nein, nein. Der darf Hand nehmen. Oh, 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 oh. Roman, du bist alleine, du bist alleine, du bist alleine. Verdammt, verdammt, er ist auch noch ein Stückchen schneller. Oh, 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 Roman, schieß, komm. Jetzt mach kein Foul. Das war ein Foul, das war ein Foul. Aber Vorteil, Vorteil, Vorteil. Ja. Ich hab alles versuch mit Notbremse und er hat nicht gereicht. Also, wenn die Karten gehen, ja, ihr dürft alles, aber man trifft halt nicht so gut. Und der Roman ist gerade betreten, weil er gerade... nicht getroffen hat. Ja, einfach ein Schweigen, ist ja auch... Ist ja auch ein Ort. Okay, okay, wo soll ich mich hinstellen? Ja gut, also am Anfang musst du schon passen. Ah, ja. Okay, ähm... Du musst ja einen Doppelpass. Nee, du musst eigentlich im Kreis stehen bleiben, hier, Nico. Wir spielen ihn nach offiziellen Regeln wieder den Kreis zurück. Was, Kreis? Was für mehr? Okay. Okay. Ah, mit diesen Tasten immer wieder. Ich starte hier Minecraft-Musik, ist erschrecklich. Der Fußball, das ist Anfeuern. Ja. Stimmt, ich muss ja nachher noch so Stadionpflege reinpacken. Nein! Wird auch gut. Mann, ich sitze hier immer rum, mach Inventar auf, mach Inventar wieder zu. Leg dir dein Inventar auf irgendeine Taste, die du niemals drückst. Ja, jetzt einmal, Rookie, unsere Chance. Schieß! Nein! Der ist der Teuter neben den Ball. Nein! Nein, stopp, Ball! Ja! Nein! Also ich muss sagen, München ist das leichter. Ja. Im Fußball fallen doch auch nicht so viel Tore. Ja, richtig. Oh, wunderschöne Annahmen und dann doch verkackt. Nein, nein, nein! Ja, 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 ja. Oh, oh, den hab ich noch, den hab ich noch. Roman, bleib im Tor, bleib im Tor. Okay. Ich geh wieder vors Tor, Rookie. Jetzt wurde ich hier schon wieder gefoult, so. Was? Für euch? Ich hab ihn nicht berührt. Rookie, Rookie, der Ball. Auch gut. Wo ist der Ball? Wo ist... Nein, nein, Rookie! Ja, hat er ihn gehalten. Mann! Nein! Oh, oh! Oh, oh! Oh, das könnte schon das Entscheidungstor hier sein. Glaubst du wirklich? Ja, ich... Ich hab ihn gleich wieder gefoult. Nein! Oh! Ich bin nebengezogen. Okay, wer darf ich denn einwerfen? Hier, ne? Ja. Okay. Ich mach einfach von hier Abstoß, ne? Okay, Roman und ich mach mal... Ich will mal Torhüter sein. Roman ist jetzt mal draußen. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Perfekt. Oh, Mann, Ball. Bleib stehen. Er bleibt stehen. Ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn, ganz sicher. Okay, versuch in Mitte irgendwie zu hauen. Mitte? Ja, ja, ja. Und er tritt neben dem Ball. Das ist gut, das ist gut. Alter, was? Okay, in den Lauf, Roman. In den Lauf! Das funktioniert bei mir nicht. Oh, 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 oh. Bum. Oh, nee. Ein knapper Schuss. Ein Raunen geht durch die Menge. So. Ich mach das jetzt richtig elegant, so zack. Was, Riesenhochschuss, oder? Wo ist der Ball hin? Ich hab mich gerade auch. Irgendwie schon. Mach einmal nochmal. Ach, da heißt er. Ja, der Ball, der ist manchmal ein bisschen verrückt drauf. Ja, genauso wie wir, deswegen hab ich auch den Markt genommen. Ne, Euro 2008, okay. Ich bin da sieben, ungefähr, wann der Mod entwickelt wurde. Oh, oh, oh. Noch gar nicht. Ja, köpft, köpft. Nicht köpfen. Nein, nein. Köpfe euch gleich mal. Nein, 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 nein. Okay. Nein, 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 nein. Ja, und jetzt, langsame Flanke. Das ist es, das ist... Nein! Hä, wieso hab ich einen Ball gefangen und einen in der Hand? Okay, ich nehm jetzt einfach mal den Ball, hier so. Ja, warte, ich bin natürlich fair und schieße den anderen Ball ins Aus, damit der uns nicht stört hier. Der dann aber auch direkt wieder zurückkommt, auch gut. Okay, gut. Ich warte mal, bis ihr wieder in Position seid. Ja, wir sind bereit. Okay. Ja! Ah, ha, 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 ha. Oh, wie Glück gehabt. Mann, der hat den aber nicht geworfen. Immer wenn ich schieße, meinen, der geht nicht immer direkt. War kein Foul. Ne, echt? Hau, ha, ha, ha. Ich hab' so, kann ich ein, so kann ich eine Schläger rein hier. Nico versucht ja die Ligende lang zu hauen, den Ball. Einfach toller. den hat er den hat der so hoch nein 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 wir haben die runde gewonnen und schlagen ja ich glaube ich mache das gar nicht so viel sinn ja mit einem entscheidenden 3 zu 1 gewinnen wir jetzt hier gegen die etwas schlecht aufgestellte quatsch wir haben die profi mannschaft ihre kräfte für das wirkliche spiel wir können ja eine revanche machen und es wird auf dem anderen kanal hochgeladen kann man machen ja wollt ihr noch eine revanche oder haben wir euch so gedemütigt gucken wir mal was das war erst mal zu hart also wir sollten erstmal vernünftig passspiel üben ja glaube ich auch beziehungsweise Nico sich eine passtaste ausdenken das wäre vielleicht auch nicht schlecht glaube ich nehme P wie wissen wir da hinkommen da P wie passen da kann ich mir wenigstens mehr kommen ja aber da kommst du nicht hin ich hab das Mausrad gewählt oh das ist gut Mausrad kann man ganz gut immer das ist echt nicht schlecht ja ich bin mit meiner Stirn auch zufrieden okay gut dann bedanken wir uns fürs Zuschauen ne ja und ciao